Musik 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 Natürlich immer Hoffnungen, das ist die Bahn, die ich sehr, sehr gut kenne. Wir haben letztes Wochenende die Autos testgefahren und da hat sich gezeigt, sie laufen beide sehr gut. Allerdings, wie es dann immer ist im Rennen, da war nur noch ein Konkurrenter mit Jürgen mit dem neuen, wunderschönen 9,17, der einfach noch ein bisschen schneller war, mit ein bisschen Pech in seinem letzten Qualifikationslauf ist er dann leider nicht weitergekommen und so war eigentlich die Chance doch sehr groß im Endlauf einfach den Sieg zu holen.